moin moin leute hier ist für eure blazes dirty wir haben die nebel anhänger quest wo ihr quasi mit diesem tollen item hier die nebel wand folgen müsst und einfach hier hinten macht es halt einen cut und ihr wisst halt nicht wo lang die einfache lösung ist einfach hier rüber fliegen die ganze da hinten wahrscheinlich versucht zu scannen ich habe auch hier im wasser da 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 aber hier geht es einfach weiter hoch dann habt ihr hier die lösung für dieses kleine problem immer hier rüber wir machen den ganzen kletterratschen noch einmal wir haben hier einen rare den machen wir ganz kurz noch mit so Jetzt hier rüber. Habt ihr es eigentlich wie wahrscheinlich auch geschafft. Hier runter laufen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Gerade für die Leute, die genau das gleiche Problem hatten, wie ich, die am Anfang die erste Stelle gesucht haben. Daher sage ich Peace and Out. Ciao, ciao.